Und da habe ich gelaufen mit meiner Freundin und habe irgendwie komisch gerochen und dann habe ich in diese Straße gekommen, habe ich gesehen, schon ein paar Leute waren da und hat geschreit und ich weiß nicht, was hat passiert. Da habe ich zugekommen und habe gesehen, von Fenster eine Frau und war von anderen Fenstern eine Junge und wollte runterspringen und ein älterer Mann hat schon gesprungen, unten hat Bein, ich weiß nicht, hat verletzt Bein irgendwie. Da habe ich gesagt, was hat passiert und so, ich weiß nicht, und dann war ein Polizist da und hat mir gefragt, wohnen Sie da in der Nähe, wegen Leiter zu bringen, habe ich gesprungen nach Hause zum Leiter nehmen und dann war eine Frau runtergegangen und zwei Jungs von einem Fenster. Und dann hat mehr angefangen zu brennen und dann war schon Polizei da, Krankenwagen und das war mehr und mehr hat gebrannt und mehr und mehr Polizei gekommen, mehr und mehr Feuerwerk. Also der erste Gedanke war mir, zu helfen, wenn alle von Hause raus sind, wenn wir Leute retten. Wir sind hier in Nürtingen, wir sind alarmiert worden zu einem Brand in einem Gebäude und das wurde auch so bestätigt von den ersten Einsatzkräften. Die ersten Einsatzkräfte, denen bot sich folgendes Bild, die Flammen und auch der Rauch schlugen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss und es standen mehrere Personen an den Fenstern oder auch schon teilweise auf den Dachvorsprüngen. Die erste Priorität lag natürlich in der Menschenrettung, sodass die Einsatzkräfte über tragbare Leitern, also über ganz normale Steckleitern und auch über ein Sprungtuch diese Personen gerettet haben. Die Feuerwehr hat dann einen sehr groß angelegten Innen- und Außenangriff gestartet. Also es sind Trupps in das Gebäude, da nicht bekannt war, wie viele Personen in dem Gebäude sich noch aufhalten. Und es wurde parallel auch die Brandbekämpfung von außen eingeleitet, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern und um die Flammen in den Zimmern dann schon runterzuschlagen. Aktueller Stand ist, dass der Brand im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss sich ausgebreitet hat. Sobald unklar ist, wie viele Personen oder ob noch Personen im Gebäude sich aufhalten, wird standardmäßig ein Innenangriff vorgenommen bis zu einer gewissen Grenze, bis die Eigengefahr für die Einsatzkräfte zu hoch wird. Also die Nachbargebäude zu schützen, ist natürlich immer ein Fokus. Hier war eher die Schwierigkeit, die Stromversorgung des Gebäudes oder schlussendlich das Gebäude stromlos zu schalten, um die Eigengefahr für die Einsatzkräfte zu minimieren. Also das Angebot an die Einsatzkräfte ist immer vorhanden, nach so belastenden Einsätzen eine Einsatznachbesprechung oder auch Notfallseelsorge in Anspruch zu nehmen. Das ist hier auch der Fall, dass hier vor Ort Notfallseelsorger an der Einsatzstelle sind, dass immer ein Gesprächspartner unabhängig von der eigenen Rettungsorganisation zur Verfügung steht. Insgesamt kann ich aktuell 178 Kräfte bestätigen und über 60 Fahrzeuge aller Rettungsorganisationen, also Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die Lage sehr unübersichtlich. Es standen noch mehrere Personen an den Fenstern des bereits im Vollbrand stehenden Gebäudes, sowie Personen auf dem Dach, die zu springen drohten. Und wir haben dann eine Patientenablage eingerichtet und relativ schnell auch eine Betreuungsstelle. Das war für die ersten Einsatzkräfte extrem belastend, dadurch, dass es viele Leute waren, die umherliefen und man nicht genau wusste, wer hier verletzt ist und wer nur betroffen ist. Und zudem waren natürlich noch die Personen, die um ihr Leben bangten, die am Fenster hier direkt standen. Also DRK und Malteser waren aufgrund der Lage mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir haben 79 Einsatzkräfte hier mit 32 Fahrzeugen, darunter auch ein leitender Notarzt und vier weitere Notärzte. Ja, aufgrund des Meldebildes wurde über die integrierte Leitstelle Großalarm ausgelöst bei den benachbarten Rettungsdienstbereichen, die dann ebenfalls Rettungswagen und Notärzte hier Richtung Nöttingen entsandt haben. Die wurden aber im weiteren Verlauf Gott sei Dank nicht benötigt. Ich habe gerade Tatort geschaut, danach wollte ich ins Bett gehen und dann sagt meine Frau vom Balkon aus, du, da ist überall Rauch. Und dann haben wir auch schon schnell die Flammen gesehen und ich bin natürlich als Oberbürgermeister auch dann über, habe dann mein Handy gleich angeschaut und dann habe ich schon die ersten Bilder gesehen von diesem schlimmen Brand. Und bin dann vor Ort, um mir auch selbst ein Bild der Lage zu machen, als es dann klar war, dass es ein schwerer Brand ist. Ja, der erste Gedanke war, hoffentlich sind Menschen nicht zu Schaden gekommen. Umso tragischer ist es, dass wir derzeit zwei Tote zu beklagen haben und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Und das sind wir natürlich alle heute auch, wir wissen noch nicht, haben es noch nicht identifizieren können, aber das ist natürlich das, was uns alle so bedrückt. Alle haben Hand in Hand gearbeitet und das ist wirklich toll, dass wir Leute haben, die hier sich auch unter Einsatz von Gefahr, ich meine dieses Gebäude ist jetzt einsturzgefährdet, hier die Menschen retten und die Menschen versorgen und es sind dann auch 18 Menschen obdachlos geworden. Da habe ich mich dann darum gekümmert, dass die heute in einem Hotel in der Nähe hier unterkommen und morgen wird man sie dann weiter natürlich versorgen und das sind auch Seelsorger vor Ort, die sie natürlich auch betreuen. Die Feuerwehr konnte bis Mitternacht den Brand löschen. Bei einer Nachsicht in dem Gebäude wurden zwei Männer im Alter von 37 und 53 Jahren tot aufgefunden. Sieben weitere Personen wurden im Brand ebenfalls verletzt. Darunter sind vier Bewohner des Hauses und drei Einsatzkräfte der Feuerwehr, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten und ins Krankenhaus gebracht wurden. Das ist ein Gebäude, wo nach ersten Erkenntnissen ca. 27 Personen untergebracht sind. Wir sind momentan mit der Stadt Nürtingen in Kontakt, wie viele Personen wirklich hier gemeldet sind, weil es sind viele in diesem Haus von der Stadt untergebracht. Nein, es ist eine Unterkunft hier für sozial schwächere Personen, die von der Stadt Nürtingen hier untergebracht sind. Es handelt sich hier nicht um ein Flüchtlingsheim. Momentan ist das Gebäude stark einsturzgefährdet. Wir müssen jetzt schauen, wie wir die Substanz des Gebäudes erhalten können, damit überhaupt unsere Kriminaltechniker ins Gebäude rein können, um nach der Brandursache zu forschen. Die Brandursache ist momentan völlig unklar. Wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir in das Gebäude rein können, nachdem es abgesichert wurde. Und dann werden sicher auch Sachverständige hinzugezogen, um nach der Brandursache zu forschen. Vielen Dank. Vielen Dank.